so 4 gerade aufnahme beendet Prozent ja festladen folgt so wir machen jetzt aber auch fix da weiter wo wir gerade aufgehört haben und einer hat er aufgehört not enough space to write on it oder to do something what you have okay also das wieder zu das auch dann bekommt dieses Haus dann Prozent um ihn nicht so viele Fenster es ist kein Ökohaus kein Ökostrom so und hier plane ich noch so einen kleinen Gang nach oben zu machen sieht man das eigentlich von außen war man könnte was bemerken aber wenn wir das Prozent genügen zu genüge zubauen dann denke ich mal ja das dürfte dann klappen jaja okay so hier 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 guck mal da ähm was ist denn da drauf keine Ahnung irgendwas anderes irgendwas anderes ein Prozent eine Rechteck Maßband ein Schnell zwei Schraubenzieher und Messer oder sowas ja finde ich von der Honeyball auf jeden Fall sehr schön gemacht wovon rede ich eigentlich gerade okay ähm ja hier finde ich eigentlich ist das eine ganz schöne Idee so ein kleines Forum zu machen oder sowas oder Marktstände natürlich wir sind die hat sie so blicko nie ich mach das ich probier nur aus aus ähm sind äh On Demand, wenn du brauchst, oder auch nicht. So, dies habe ich aber auch schreckt. Bis bald, ich würde gern Autofahren lernen. Ne, tut mir leid, die Boote sind untergegangen, hahaha. Das ist einfach ein Superlied, finde ich. Die haben ja jetzt aber auch in der neuen Version jetzt gefixt, dass man die Zäune auch super schnell abbauen kann. Ja, ich gebe zu, wir brauchen... Eigentlich wollte ich das ja hier mit so einer Art Stützpfeiler machen. Moment mal... Hey, you want to have... Ja... Ne, ich rede davon... So... Hier würde ich es auch ganz gerne machen... B-dum, 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 b-dum... Oh, da mach ich mal kurz ein Intro in auserlet diesesresh exactly. Naja, ich höre es laut, ihr hört es mehr oder weniger leise oder doch nicht. So, so ist das doch ganz schön, das will ich dann... Nein, das war ich ja jetzt so ein bisschen. Naja, mehr oder weniger. Naja, auf jeden Fall muss ich aber neues Holz holen. Eigentlich soll dann ja hier so eine Holzfabrik rein und da vielleicht Sand... ...oder Steine, also solche kleinen Lagerhäuser, das soll halt so ein bisschen nach Mittelalter aussehen. Also, genau möchte ich da nicht... ...ich mich 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 nicht jetzt nicht festlegen. Äh, ja. Nein, das ist nicht hergeblieben. Äh... Ja, die Uhrzeit hat doch noch Mist. Es bewegt sich immer was, ich kann euch das nicht vormachen. Ist... ...undschön. Noch unschöner. Boah... ...nach unschöner. Boah... ...nach unschöner. Boah... ...nach unschöner. ...nach einem harten Tag im Bad. Boah... ...ich hasse diese Kühe, ich hasse diese Kühe. Ich hasse diese Kühe. Ja, ist ja gut. Ich werde das Haus vielleicht abreißen. Ja, ne... ... ich... ... doch das Haus... ... das lasst es. Lass es das nicht... ... das lasst ich noch. Moment mal... ...ja, alles doch schön. Prozent der Passwörter nicht ins Bild hier die Latte hier drin die Wurzelkündigkeit so nehmen wir noch mal einmal noch mal einmal immer das war noch mal mit können ja auch unsere Lava Eimer stattdessen benutzen das ist auch ganz ganz vorteilhaft er hat gelassen Sachen die wir auch ganz oft benutzen die müssen dann auch natürlich so als von uns neues geholt mehr okay also dass du dich hier ganz gerne so lassen wie so oder so naart Forum oder sowas die über ist ja alles mit wenn ich da war sonst ist ja ja eigentlich alles beteckt da kann man seine Ideen abliefern oder sowas äh ich würde ganz gerne doch bewohnungsvoll lassen aber das darf man im Let's Play ja leider nicht und wenn man dafür dann noch ein Mod hat da wäre es ja auch nicht so ganz gut oder dass das man dann Prozent Punkt festlegen und da soll dann ein äh Dingen spawnen so ja ah hier da soll noch was hin das ist ja da soll dann das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja